Die Social Media Guidelines von Fresenius Wir bewegen uns täglich im World Wide Web und sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Doch wie gehen wir bewusst damit um? Das Wichtigste zuerst. Wir beachten das Gesetz. Das gilt auch online. Wir berücksichtigen immer das Urheberrecht, wenn wir Bilder, Videos oder Texte mit anderen teilen. Außerdem halten wir uns an die Regeln der jeweiligen Plattform. Wir behandeln Vertrauliches vertraulich. So schützen wir nicht nur Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sondern auch unsere persönlichen Daten. Wir sind fair. Auch online begegnen wir anderen mit Anstand und respektieren unterschiedliche Meinungen. Über Wettbewerber oder Geschäftspartner veröffentlichen wir nichts Negatives. Wir handeln verantwortungsvoll und stehen zu unseren Äußerungen in sozialen Medien. Deshalb überlegen wir uns genau, was wir öffentlich posten. Denn das Internet vergisst nichts. Wir sind ehrlich. Wenn es um unsere Arbeit oder das Unternehmen geht, äußern wir uns immer unter unserem richtigen Namen und geben uns als Fresenius Mitarbeiter zu erkennen. Fehler in Beiträgen gestehen wir offen ein und korrigieren sie. Wir trennen Meinung und Fakten. Unsere Äußerungen machen wir deutlich als persönliche Ansichten kenntlich. Denn nur dazu autorisierte Mitarbeiter geben offizielle Stellungnahmen für das Unternehmen ab. Die Fresenius Social Media Guidelines gibt es im Internet. Wenn wir uns an diese Empfehlungen halten, können wir uns weiterhin sicher im Web und in sozialen Medien bewegen. Fragen? Dann wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die zuständige Kommunikationsabteilung. Ich wende Sie wiedere portraitismen. Geht dir weiter. Ich wende erst mal. Untertitelung des ZDF, 2020